Die Königin des Himmels im Reich des göttlichen Willens verlässt Bethlehem. Das göttliche Fiat ruft sie zur heldenhaften Tat, Jesus für die Rettung des menschlichen Geschlechts aufzuopfern, die Reinigung. Die Seele zu ihrer hinten Mutter. Heilige Mama, hier bin ich wieder, um dich zum Tempel zu begleiten. Du gehst dorthin, um das größte Opfer zu bringen. Du gibst das Leben des himmlischen Kindes in die Gewalt eines jeden Geschöpfs, damit sie sich seiner bedienen, um sich in Sicherheit zu bringen und sich zu heiligen. Doch ach, welch ein Schmerz! Viele benutzen ihn, um ihn zu beleidigen und auch, um verloren zu gehen. Ach, meine Mama, lege den kleinen Jesus in mein Herz und ich verspreche und schwöre dir, ihn immer zu lieben und ihn als Leben meines armen Herzens zu bewahren. Lehre der Himmelskönigin Mein liebstes Kind, wie glücklich bin ich, dich in meiner Nähe zu haben. Mein mütterliches Herz fühlt das Bedürfnis, meine Liebe mitzuteilen und dir meine Geheimnisse anzuvertrauen. Sei bei meinen Lehren aufmerksam und höre mir zu. Du musst wissen, dass wir bereits 40 Tage in dieser Grotte vor Bethlehem waren, dem ersten Zuhause meines Sohnes hier auf Erden. Doch wie viele Wunder geschahen in dieser Grotte. Das himmlische Kind stieg in seinem Eifer der Liebe vom Himmel auf die Erde. Er wurde empfangen und geboren und fühlte das Bedürfnis, die Größe seiner Liebe mitzuteilen. Jede Träne, jedes Wimmern und Stöhnen war ein Ausdruck seiner Liebe. Er ließ es auch zu, vor Kälte steif zu werden. Seine Lippen, bläulich und zitternd, drückten das ganze Ausmaß seiner Liebe aus. Und er suchte seine Mutter, in die er diese Liebe legen konnte, die er nicht mehr fassen konnte. Ich war die Beute seiner Liebe. So fühlte ich mich ständig von ihm verwundet und fühlte den Herzschlag meines geliebten Kleinen. Ich fühlte in meinem mütterlichen Herzen, wie er atmete und sich bewegte. Ich hörte ihn weinen, stöhnen und wimmern und wurde von den Flammen seiner Liebe überflutet. Bereits die Beschneidung hatte tiefe Wunden in mir geöffnet, in die er so viel Liebe eingoss, dass ich mich als Königin und Mutter der Liebe fühlte. Ich fühlte mich hingerissen, wenn ich sah, wie mein guter Jesus bei jedem Leid, in jeder Träne und Bewegung seine Mutter als seine geliebte Zuflucht für seine Akte und sein Leben suchte und rief. Wer kann dir sagen, mein Kind, was in diesen 40 Tagen zwischen mir und dem himmlischen Kind geschah? Er wiederholte seine Akte gemeinsam mit mir. Seine Tränen, seine Leiden, seine Liebe. Sie waren mit mir verschmolzen und das, was er tat, das tat auch ich. Als nun die 40 Tage vollendet waren, wollte mein geliebtes Kind, mehr denn je ertränkt von seiner Liebe, dem Gesetz gehorchen und sich im Tempel für das Heil aller aufopfern. Es war der göttliche Wille, der ihn zu diesem großen Opfer rief, und wir gehorchten bereitwillig. Mein Kind, dieses göttliche Fiat stellt, wenn es die Bereitschaft zu dem findet, was es will, dem Geschöpf seine göttliche Kraft zur Verfügung, seine Heiligkeit, seine schöpferische Macht, um diesen Akt zu vervielfachen, dieses Opfer für alle und für jeden Einzelnen. Es legt Münzen von unendlichem Wert in dieses Opfer, um für alle bezahlen und Genugtuung leisten zu können. So gingen deine Mama und der heilige Josef zum ersten Mal mit dem kleinen Jesuskind an die Öffentlichkeit. Die ganze Schöpfung erkannte ihren Schöpfer, und sie fühlten sich durch seine Anwesenheit in ihrer Mitte geehrt. Sie feierten ein Fest und begleiteten ihn auf dem ganzen Weg. Beim Tempel angekommen, warfen wir uns nieder und beteten die Höchste Majestät an. Dann legten wir ihn in die Arme des Priesters, der ihn dem ewigen Vater aufopferte. Der Priester hieß Simeon. Er brachte ihn zum Heil aller dar. Während er das Kind aufopferte, erkannte er von Gott inspiriert das göttliche Wort. Er jubelte in unermesslicher Freude und betete das liebe Kind an und dankte ihm. Nach der Aufopferung sprach er als Prophet und sagte mir all meine Leiden voraus. Oh, wie schmerzhaft ließ das höchste Fiat mein mütterliches Herz in vibrierendem Klang hören, welch traurige Tragödie aller Leiden mein göttlicher Sohn erleiden sollte. Jedes Wort war ein schneidendes Schwert, das mich durchbohrte. Doch was mein Herz am meisten durchbohrte, war das Wort, dass durch dieses himmlische Kind viele nicht nur das Heil finden, sondern auch viele zu Fall kommen sollten. Er sollte die Zielscheibe von Widersprüchen sein. Welche Pein, welch ein Schmerz. Wenn der göttliche Wille mich nicht gestützt hätte, wäre ich in diesem Augenblick vor lauter Schmerz gestorben. Er gab mir jedoch das Leben, um das Reich der Schmerzen im Reich seines eigenen göttlichen Willens bilden zu können. So erwarb ich mit dem Recht der Mutterschaft, das ich über alle besitze, auch das Recht der Mutter und der Königin aller Schmerzen. Oh ja, mit meinen Leiden erwarb ich das Geld, um die Schulden meiner Kinder und auch die der undankbaren Kinder zu bezahlen. Mein Kind, du musst wissen, dass ich durch das Licht des göttlichen Willens, der in mir regierte, bereits alle Leiden kannte, die mich treffen sollten. Und zwar noch mehr als jene, die mir der heilige Prophet ankündigte. Mehr noch. Ich kann sagen, dass er mir jene Leiden ankündigte, die mich von außen her treffen würden. Was mich aber noch mehr durchbohrte, das waren die inneren Leiden von mir und meinem Sohn. Davon sprach er jedoch kein Wort. Dennoch fühlte ich mich während dieser feierlichen Aufopferung meines Sohnes bei der Wiederholung dieser Worte derart durchbohrt, dass mir das Herz blutete und sich neue Adern des Schmerzes und tiefe Wunden in meiner Seele öffneten. Höre jetzt deiner Mama zu. Sei in deinen Leiden und bei den leidvollen Begegnungen, die auch dir nicht fehlen werden, zum Opfer bereit, wenn der göttliche Wille es von dir will. Sei nicht traurig. Im Gegenteil, wiederhole sofort das Kostbare und Liebe viert, das bedeutet, was du willst, das will auch ich. Und sieh zu, dass du mit heldenhafter Liebe den göttlichen Willen seinen königlichen Platz in deinen Leiden einnehmen lässt, so wird er sie dir in Münzen von unendlichem Wert umwandeln. Damit wirst du deine Schulden und auch die deiner Brüder zahlen können, um sie aus der Sklaverei des menschlichen Willens zurückzukaufen. So werden sie als freie Kinder in das Reich des göttlichen Fiat eintreten können. Denn du musst wissen, dass sich der göttliche Wille über das Opfer, das er vom Geschöpf verlangt, so sehr freut, dass er ihm seine göttlichen Rechte gewährt. Er macht es zum König über das Opfer und zur Quelle der Güter, die ihm mitten der Geschöpfe zum Vorschein kommen werden. Die Seele zu ihrer himmlischen Mutter Heilige Mama, ich lege all meine Leiden in dein durchbohrtes Herz, von denen du weißt, wie sehr sie mich bedrücken. Ach, handle als Mama an mir und gieße den Balsam deiner Leiden in mein Herz, damit ich dasselbe loserfahre und mich meiner Leiden bedienen kann, um Jesus zu begleiten, ihn zu verteidigen und für alle Beleidigungen wieder Gutmachung leisten kann. Das wird ein sicheres Mittel sein, um das Reich des göttlichen Willens zu erobern und es auf die Erde kommen und unter uns herrschen zu lassen. Tagesaufopferung? Um mich heute zu ehren, wirst du in meine Arme kommen, damit ich dich gemeinsam mit meinem Sohn für die Erlangung des Reiches des göttlichen Willens dem himmlischen Vater aufopfern kann. Stoßgebet? Heilige Mama, gieße deinen Schmerz in meine Seele aus und verwandle all meine Leiden in den Willen Gottes. Heilige Mama, gieße deinen Schmerz in meine Seele aus und verwandle all meine Leiden in den Willen Gottes Heilige Mama, gieße deinen Schmerz in meine Seele aus und verwandle all meine Leiden in den Willen Gottes Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen Fiat Amen 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 Vielen Dank. Vielen Dank.